Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführer, Coach und Führungstrainer in Aachen. In der heutigen Folge meines Podcasts geht es darum, wie und wo Sie neue Mitarbeiter suchen und finden können. Auch werden wir darüber sprechen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie neue Mitarbeiter einstellen. In vielen Gesprächen mit mittelständischen Unternehmern höre ich häufig die Klage, Wir brauchen dringend neue Mitarbeiter, finden aber keine guten. Die gehen alle zu den großen Konzernen. Ich kann diesen Frust schon nachvollziehen, aber die Aussage ist meiner Ansicht nach falsch. Sicherlich, besonders Berufsanfänger liegen häufig dem Charme und dem Namen eines Großunternehmens. Ich habe jetzt einen Job beim Daimler. Ja, ich habe jetzt bei Porsche in der Entwicklungsabteilung angefangen. Viele Kurskonzerne haben ein hervorragendes Image, dank Hochglanzbroschüren, Markenbewusstsein und auch einer starken Public-Relation-Abteilung. Aber die Realität des Tagesgeschäfts in solchen Unternehmen sieht häufig ganz anders aus. Als Mitarbeiter ist man da nicht viel mehr als eine Nummer, ein kleines Rädchen im großen Getriebe. Viele Mitarbeiter in Großunternehmen, vor allem wenn sie bereits länger dabei sind, verzweifeln regelrecht an aufwändigen Entscheidungsprozessen und an dem Kompetenzgerangel im Management. Was da teilweise abgeht, vor allem in Vorstandsetagen, da geht es häufig zu wie im Kindergarten. Die Mitarbeiter frustriert das verständlicherweise. Vielen kleinen und mittelständischen Unternehmern scheint das gar nicht klar zu sein. Sie überschätzen die Anziehungskraft der Großen und unterschätzen ihre eigene Attraktivität, die Attraktivität ihres eigenen kleinen Unternehmens. Im Gegensatz zu den meist monostrukturierten Großkonzernen sind kleinere Unternehmen sehr wohl eine attraktive Alternative. Es gibt kurze Entscheidungswege und einen direkten Kontakt zum Chef. Selbst neue Mitarbeiter bekommen sehr schnell große Entscheidungs- und Ermessensspielräume. Wenn sich ein mittelständisches Unternehmen nicht auf Kundennutzen ausrichtet, ist es bald weg vom Fenster. Bei einem Großunternehmen sieht das ganz anders aus. Dort herrscht häufig Bürokratiewahn, kurzfristige Ausrichtung auf Shareholder-Value. Bis da sich was ändert oder das Schiff untergeht, da passiert viel. Wirklicher Fokus auf Nachhaltigkeit in großen Unternehmen gibt es seltener, zumindest außerhalb der tollen Versprechungen und Hochglanzbroschüren. Im Endeffekt geht es in allen Großunternehmen meistens nur um kurzfristige Profitmaximierung und die Quartalsausrichtung. Und die hohen Gehälter? Die besten Mitarbeiter sind auch die teuersten. Als kleines Unternehmen können wir das gar nicht bezahlen. Das ist Quatsch. Auch diese Aussage ist falsch. Bedenken Sie, wer wegen des Geldes kommt, der geht auch wegen des Geldes. Einem guten Mitarbeiter sind die Aufgabe und der Sinn seiner Arbeit wichtiger als die Höhe des Gehalts. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Natürlich muss das Gehalt angemessen sein. Schließlich gilt auch der Spruch, wer Peanuts zahlt, braucht sich nicht zu wundern, wenn nur Affen für ihn arbeiten. Aber die besten Mitarbeiter sind keineswegs auch die teuersten. Die richtige Einstellung ist entscheidend. Suchen Sie sich Mitarbeiter, die von Ihrer Unternehmensvision fasziniert sind. Sie wollen Mitarbeiter, die im wörtlichen Sinne in Ihrem Unternehmen mitarbeiten wollen. Mitarbeiter, die etwas bewegen wollen. Entscheidend ist die Einstellung des Mitarbeiters. Es gibt zwei Arten von Arbeitskräften. Die einen suchen einen Job, die anderen suchen eine Aufgabe. Sie sollten nur Mitarbeiter der zweiten Art einstellen. Die Augen des Kandidaten müssen leuchten, wenn sie mit ihm über seine zukünftigen Aufgaben sprechen. Der Kandidat erfüllt nicht alle fachlichen Voraussetzungen. Was soll's? Das ist nicht tragisch. Wenn der zukünftige Mitarbeiter die richtige Einstellung und hohes Engagement zeigt, dann kann er das Fachliche lernen. Vielleicht braucht es seine Zeit, aber sehen Sie das als Investition an. Was jemand aber nicht lernen wird, ist die richtige Einstellung. Im Englischen heißt es deswegen auch Hire for Attitude, Train for Skills. Geben Sie Kandidaten mit ungewöhnlichem Lebenslauf eine Chance. Trauen Sie sich, Kandidaten einzustellen, die aus vollkommen falschen Fachrichtungen oder Branchen kommen oder ein sonstiges vermeintliches Manko aufweisen. Sie werden sich wundern, welche hervorragenden Mitarbeiter nach einiger Zeit für sie arbeiten. Bevor Sie einen Mitarbeiter suchen, machen Sie sich klar, welche Aufgaben der neue Mitarbeiter erledigen soll. Verfassen Sie ein möglichst präzises Anforderungsprofil. Viele fokussieren darauf, welche Eigenschaften der neue Mitarbeiter haben soll. Aber mindestens genauso wichtig ist, beschreiben Sie, welche Eigenschaften der neue Mitarbeiter auf keinen Fall haben darf. Ihr neuer Mitarbeiter muss zu Ihnen und zu Ihrem Unternehmen passen. Machen Sie sich klar, welche Eigenschaften sind da absolut nicht tragbar. Viele Unternehmer empfinden die Suche nach Mitarbeitern als eine zeitraubende und teure Quälerei. Es ist manchmal ja auch wirklich nicht einfach, die passenden Mitarbeiter zu finden. Was erlebt man da nicht alles, wenn man die bekannten Wege einschlägt? Vom Arbeitsamt kommt nichts Vernünftiges. Auf Stellenanzeigen bewerben sich nicht die, die man sucht. Und um Gottes Willen, Personalberater, die kosten immense Summen. Gehen wir erstmal auf die fünf herkömmlichen Kanäle zur Mitarbeitersuche ein. Danach stelle ich Ihnen Alternativen vor, an die Sie vielleicht bisher so noch nicht gedacht haben. Hier also die fünf herkömmlichen Kanäle zur Mitarbeitersuche. Das erste, persönliche Netzwerke, Mundpropaganda. Laut einer Studie der IAB suchten Kleinstbetriebe in 2010 rund die Hälfte ihrer freien Stellen über persönliche Netzwerke. Wenn Sie also neue Mitarbeiter suchen, dann sprechen Sie mit Geschäftspartnern, Lieferanten, Bekannten und Freunden darüber. Wenn Sie Glück haben, kennt jemand einen geeigneten Kandidaten. Der Kanal 2 sind die Stellenanzeigen in Printmedien. Sie können ein Inserat in Zeitungen oder Zeitschriften oder Branchen, Fachzeitschriften schalten. Erfolgsentscheidend ist dabei die gezielte Auswahl dieses Printmediums. So einen Entwicklungsingenieur können Sie über die VDI-Nachrichten zwar suchen, aber einen Marketing-Experten im B2C eher nicht. Stellenanzeigen zu schalten in Printmedien ist nach wie vor beliebt, kann aber bei überregionalen Zeitungen ziemlich teuer werden. 3. Online-Karriere- und Jobportale Es gibt eine Vielzahl von Jobbörsen und Karriereportalen im Internet, z.B. stepstone.de, monster.de oder jobware.de. Manche Studien gehen davon aus, dass bereits heute mehr als 30% aller Stellen übers Internet vermittelt werden. Auf solchen Portalen können Sie als Unternehmen Stellenanzeigen schalten, Sie können aber auch gezielt nach Kandidaten Ausschau halten. Eine umfassende Auflistung von verschiedenen Jobbörsen gibt es übrigens von der Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universität Kaiserslautern. Stand Januar 2012. Einen Link habe ich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge hinterlegt. Die Nummer 4, das ist der Klassiker. Das Arbeitsamt. Mit etwas Glück lassen Sie auch gute Mitarbeiter über die Arbeitsagentur oder die Bundesagentur für Arbeit finden. Vielleicht sprechen Sie einfach mal unverbindlich mit Ihrem Ansprechpartner beim Arbeitsamt in Ihrer Stadt. Ein Versuch ist es zumindest wert. Und die Nummer 5, nun, das sind die Personalberater. Wenn Sie Fach- und Führungskräfte mit Berufserfahrung suchen, kann es sinnvoll sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Also Personalberater oder Headhunter. Preiswert ist das allerdings nicht. In der Regel können Sie mit einer Vermittlungsgebühr von etwa einem Drittel des Jahresgehalts Ihres Mitarbeiters rechnen. So, und jetzt zu den alternativen Suchmöglichkeiten. Ich habe 8 Alternativen für Sie. Die erste, interne Bewerber. Bevor Sie sich auf die externe Suche machen, überlegen Sie genau, ob Sie nicht vielleicht schon einen geeigneten Kandidaten im Haus haben. Also, Sie suchen einen Vertriebsmann? Naja, vielleicht ist ja einer Ihrer Mitarbeiter im technischen Service geeignet, den Vertrieb für Ihr neues Produkt zu übernehmen. Vergessen Sie die schwierige Suche, sparen Sie viel Zeit und geben Sie Ihrem langjährigen Mitarbeiter die Chance, sich weiterzuentwickeln. Sich, wenn er das will, in den Vertrieb einzuarbeiten. Und für die Stelle, die er hinterlässt, bilden Sie einen Ihrer fähigsten Lehrlinge als seinen Nachfolger im Service aus. Zweite Alternative. Messen und Fachveranstaltungen. Stellen Sie auf Messen aus? Halten Sie Vorträge auf Fachveranstaltungen? Dann können Sie diese Veranstaltung auch nutzen, um auf Ihre offenen Stellen aufmerksam zu machen. Hängen Sie ein Schild mit Mitarbeiter gesucht auf Ihrem Messestand aus. Oder erwähnen Sie während oder nach Ihrem hoffentlich spannenden Fachvortrag, welche Art von Mitarbeitern Sie suchen. Vielleicht ist jemand im Auditorium, für den das interessant ist. Oder der wiederum jemanden kennt, der jemanden kennt, der Sie verstehen, was ich meine. Dritte Alternative. Praktika, Studien und Diplomarbeiten. Was ist die beste Möglichkeit zu entscheiden, ob ein Mitarbeiter zu Ihnen passt? Nun, am besten arbeiten Sie mehrere Wochen oder Monate mit ihm zusammen, oder? Sehen Sie, deshalb geben Sie Schülern und Studenten die Möglichkeit, Praktika, Studien und Diplomarbeiten in Ihrem Betrieb zu machen. Selbst wenn die später nicht für Sie arbeiten, wenn Sie die gut behandelt haben, werden die sich begeistert bei Ihren Freunden und Bekannten über Ihr Unternehmen äußern. Nehmen Sie auch Kontakt zu Schulen und Universitäten auf. Stellen Sie dort Ihr Unternehmen vor. Schulen wie auch Fachhochschulen, Unis suchen ständig die Nähe zur Praxis, zur Industrie. Vielleicht ergeben sich auch Kooperationen, zum Beispiel kleinere Entwicklungsprojekte. Die werden teilweise sogar vom Land oder vom Bund gefördert. Die Möglichkeiten, so in Kontakt mit zukünftigen Kandidaten zu kommen, sind immens. Vierte Alternative. Ihre eigenen Internetseiten. Veröffentlichen Sie Ihre Stellenangebote auf Ihrer eigenen Internetseite. Aber bitte nicht irgendwo nur auf einer Unterseite. Auf einer Unterseite, die sowieso keiner aufruft. Platzieren Sie auf der Hauptseite. Platzieren Sie dort, dass Sie Mitarbeiter suchen und über einen Link führen Sie die Webseitenbesucher dann auf die Unterseite mit den Details der Stellenausschreibung. Alternative Nummer 5. Die sozialen Netzwerke. Ja, ich weiß schon, Facebook ist nicht Ihre Sache, gell? Aber in den letzten Jahren haben sich die sozialen Netzwerke wie Facebook, Google+, Twitter mehr und mehr etabliert. Nicht jeder ist Facebook-affin und will auf diesen Plattformen aktiv sein, aber unterschätzen Sie nicht die anderen berufsbezogenen Netzwerke. Wie zum Beispiel Xing, das ist die Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. Oder LinkedIn, die international als Nummer 1 dasteht. Die umfangreichen Suchfunktionen dieser beiden beruflichen Netzwerke bieten viele Möglichkeiten, die Profile geeigneter Kandidaten zu suchen und zu sichten. Wenn Sie Mitarbeiter suchen und als Unternehmer noch nicht auf Xing oder LinkedIn vertreten sind, dann sollten Sie das dringend ändern. Alternative Nummer 6. Werbeanzeigen auf Google und Facebook. Ich selbst habe weder mit Google AdWords noch mit Facebook Erfahrungen im Bereich Mitarbeitersuche. Ich habe aber davon gehört und ich kann mir gut vorstellen, dass das funktionieren kann. Werbetreibende nutzen schließlich erfolgreich beide Anzeigenarten. Warum dann nicht für die Mitarbeitersuche? Insbesondere auf Facebook können Sie zum Beispiel gezielt Suchkategorien auswählen. Suchkategorien, die exakt mit dem Profil Ihres Wunschkandidaten korrelieren. Bei diesen ausgesuchten Personen schalten Sie dann Facebook-Werbeeinblendungen. Darin werben Sie dann für die offenen Stellen in Ihrem Unternehmen. Alternative Nummer 7. Zeitarbeiter. Zeitarbeitsagenturen vermitteln Mitarbeiter auf Zeit. Wenn Sie über eine Agentur einen Zeitarbeiter einstellen, zahlen Sie monatlich mehr, als wenn Sie einen vergleichbaren Mitarbeiter einstellen. Allerdings können Sie sich auch kurzfristig von diesem Mitarbeiter jederzeit trennen. Manche Unternehmen arbeiten zur Abdeckung von Arbeitsspitzen mit solchen Zeitarbeitern. Es gibt aber noch einen weiteren Vorteil. Sie als Unternehmer können erstmal ausloten, ob der Mitarbeiter wirklich zu Ihnen passt. Wenn die Zusammenarbeit nicht funktioniert, kümmert sich die Agentur schnellstmöglich um Ersatz. Klappt es aber gut? Spricht nach der Phase des gegenseitigen Kennenlernens nichts dagegen, einen guten Zeitarbeiter als permanenten Mitarbeiter einzustellen? Und die Alternative 8 ist eine spezielle Alternative. Das ist Outsourcing. Für Arbeiten, die nicht zum Kerngeschäft gehören, überlegen Sie sich genau, ob Sie wirklich einen neuen Mitarbeiter brauchen, der bei Ihrem Unternehmen eingestellt wird. Häufig ist es sinnvoller, solche Tätigkeiten durch externe Dienstleister erledigen zu lassen. Brauchen Sie als Kleinunternehmer zum Beispiel wirklich eine Vollzeitsekretärin? Der Markt der virtuellen Assistenten, sogenannten VAs, wird immer größer. Diese Agenturen für virtuelle Assistenten für VAs bieten gute Unterstützung, zum Beispiel bei herkömmlicher Büroarbeit und das für vergleichsweise wenig Geld. Dabei bedienen sie sich moderner Informations- und Kommunikationsmittel. Dank hochleistungsfähiger Breitbandverbindungen können diese VAs Bürotätigkeiten wie Telefondienst, Präsentationsvorbereitungen oder Reisebuchungen für Sie erledigen. Und zwar ortsunabhängig. Also egal, wo Sie oder der oder die VA sich befinden. Es gibt noch eine tolle Möglichkeit, neue Mitarbeiter zu finden. Und das sind die Netzwerke der eigenen Mitarbeiter. Begeisterte Mitarbeiter sprechen gerne über ihr Unternehmen. Und sie empfehlen das eigene Unternehmen weiter. Ein gutes Arbeitsklima spricht sich also herum. Aber ein schlechtes leider auch. Und vielleicht sogar noch schneller. Deswegen, wenn Sie in ein gutes Arbeitsklima investieren, dann investieren Sie indirekt auch in die Mitarbeitersuche. Unterschätzen Sie das nicht. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank auch für die zahlreichen positiven Bewertungen auf iTunes. Ich hab mich über jede einzelne sehr gefreut. Vielen Dank. Dieses Feedback und Ihre Hinweise zeigen mir, was ich richtig mache und wo ich mich verbessern muss. Sie sind sehr wertvoll für mich. Sie helfen mir, auch zu verstehen, welche Themen für Sie besonders interessant sind. Außerdem unterstützen diese Rezensionen auf iTunes, den Podcast in iTunes auch sichtbarer zu machen. Dadurch werden weitere Hörer auf meinen Podcast aufmerksam. Wie gesagt, jeder, der noch bis zum 31. August 2013 eine Rezension auf iTunes hinterlässt, erhält von mir mein neues Buch geschenkt. Der Titel des Buchs ist »Ist die Katze aus dem Haus?« So arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig. Wenn Sie die Rezension geschrieben haben, vergessen Sie bitte nicht, mir eine kurze E-Mail mit Ihrer Adresse zukommen zu lassen. Nur so kann ich Ihnen dann auch das Buch schicken. Meine E-Mail-Adresse lautet info at berntgerob.de Gerob mit zwei P wie Papa. In meiner nächsten Podcast-Folge geht es ums richtige Delegieren. Aufgaben und Kompetenzen an Mitarbeiter übertragen. Damit tun sich viele schwer. Wir sprechen darüber, wie das genau geht mit dem Delegieren und was Sie dabei unbedingt beachten sollten. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie dann wieder dabei sind. Und zum Schluss diesmal eine chinesische Weisheit als Zitat. Misstraust du einem Menschen, so stelle ihn nicht ein. Stellst du ihn aber ein, so misstraue ihm nicht. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Bernd Gerob und ich freue mich, wenn Sie demnächst wieder reinhören, wenn es heißt »Führung auf den Punkt gebracht«. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer.